Lasst euch nicht von ihr welche gezielt! Ach nein! Halt gut geklappt! Ja, toll! Aua! Aua! Und tot! Wow! Hat super geklappt! Ich bin voll der Noob! Ein wunderschöner Bildschirmtokt! Ja, tritt jetzt mal Kaffee! Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser! Ich brauche jeden Dreck, den du findest! Um neue Follower zu kriegen, müssten wir für einen echten Skandal sorgen! Warum denken wir uns nicht was aus? Ich brauche auch diesen Schlüssel doch nicht, oder? Ich glaube... Ich glaube ich... Jetzt halte doch mal die Fresse, Mann! Wir haben das ja alles schon gehört! Ihr Flachleifen! Ich glaube ich brauche diesen Schlüssel da gar nicht! Weil ich komme hier glaube ich auch so rein! Weg da! Schön, dass die hier gleich rauskommen! So, wir machen das mal anders! Und stellen uns da mal ein bisschen safe! Ach! Ich brauche... Ah! Ich brauche das Ding doch! Ah! Dann leck mich doch fett, ey! Na gut! Also nochmal rein! Na gut! Hoffentlich reicht die Reichweite! Aber sollte eigentlich! Ich glaube wir müssen den Jumper noch ein bisschen aufleveln! Damit wir damit noch Leute ausschalten können! Aber hey! Jetzt rennen die hier rum, oder was? Geh weg! Komm nicht hierher! Ist ja auch eine Wache! Ne, ne? Nö! Interessiert er sich für mich? Hey! Was zum Teufel geht hier vor? Gar nicht! Halt's im Hause! Das sieht man auch nicht oft! Das stimmt! Äh! Hallo! Achso! Links! Ich drücke mal rechts! Ich weiß gar nicht warum! Das sieht man auch nicht oft! Das stimmt! Was war das? Was war das? Gar nichts! So! Pass auf! Pass auf! Vorsichtig! Vorsichtig! Geh weg! So! Und Rückzug! Und wieder auspacken! Und nochmal da rein! Hoffentlich! Irgendwie! Ich weiß gar nicht warum die hier rumatschen! Haben die das vorhin auch schon gemacht? Irgendwie muss ich hier loswerden! Äh! Lass mich mal gucken hier! Da ist ein... Da ist ein... Da ist ein Kamera! Ach ja! Ach ja! Da sind zwei von den Dingern! Und... Da wäre noch einer! Ich muss nur warten bis die beiden in der Nähe sind! Damit ich die beide da hinlocken oder da durchlocken kann! So! Der wäre jetzt zum Beispiel eine Reichweite und würde da doch halt drauf gehen! Das wäre aber nicht geil! Warte! 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 Ich hoffe da gehen auch beide hin! Los, geh da hin. Oh, geh doch da hin, Junge. Ach, hier hat's auch wieder nur eine erwischt. Nicht rausgehen, nicht rausgehen. Ach, hör auf. Bitte tun Sie mir nichts. Wir sind natürlich alle in Alarmbereitschaft. Ach, du ahnst es doch nicht. Du gehst weg, ich geh auf. Die wollen mich alle verarschen hier, glaube ich. Wie soll ich da hin kommen? Ich hätte mich so runterfahren sollen, ne? Einfach nur wegen der Sicherheit. Jetzt müssen wir erst mal warten, bis der Klausokopter wieder erreichbar ist. So, der ist jetzt auch weg. Und dafür gehen die anderen da jetzt beide hin. Und weg, legen gleich wieder auf. Oder auch nicht. Anscheinend nicht. Okay. Der muss uns beilen. Ach, jetzt geht die scheiß Tür in eine scheiß Richtung auf. Schnell, 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 schnell. Schuss, 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 schuss. Hallo? Jetzt. Wo ist das? Mach ich? Da! Dort drüben ist doch was. Ich mag es außer Reichweite. Was muss ich denn für eine Reichweite haben, Alter? So eine anscheinend. Ja, toll. Bringt's dir total, da mit dem Ding ranzufahren. Wenn das überhaupt nichts bringt. Oh, jetzt kommen wir noch die Bullen, oder was? Wird's aber. Boah, mach hin, ne. Ach, du ahnst es nicht. Willst du mich verarschen? Ach, leck mich doch. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Kackmission? Was bringt mir denn dieser beschissene, kleine, drecksbepiste Kack... Äh, äh. AC, scheißgesteuertes Mini-Kack-Auto. Wenn ich... ...um neue Follower zu kriegen, müssen wir für ein echtes Kandal sorgen. Was bringt es mir? Wenn das aufliegt, wird alles, was der Zag je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Es bringt mir überhaupt nichts, dieses kleine Scheiß-Auto hier zu haben, wenn ich das wie du persönlich hinmuss. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich geb mir Mühe. Unnötig einfach. Ah, immer diese Umstellung. Nein. Fahr zur Hölle und verpiss dich. Ganz halt für so einen Dreck. Hallo. Ah, schön, dass die Kamera dann runtergeht. Traumhaft. Toll. Bringt's total. Das bringt's total. Kann ich nicht auch mit dem... ... ... ... mit dem Auto da rumfahren und mich da vor's Fenster hängen? Nee, ne? Weil da ist der Vordereingang, da komm ich ja gar nicht rin. Wenn ich da hochkommen würde, ne? Irgendwie. Das wär'n Traum. Äh. Hallo? Einfach großartig. Und jetzt versuchen wir einfach mal, das irgendwie hinzubekommen. Schnauze, geht weg. Fraktion sucht Gegendart. Großartig. Wir fahren mal runter, ne? Rösten Stück. Dass sie mich nicht sofort sehen. So, der ist auch durch. Und die Eiern jetzt alle hier oben rum. Ach, du ahnst es nicht. Bereich gesichert. Rücken vor. Uh, ich will zurückholen. Naja, jetzt weckt die alle wieder auf. Großartig. Na, was ein Glück, dass es nichts bringt. Ist der da schlafen gegangen? Wow. Wow. Was für eine beschissene Kackmission. Ist zum Glück auch nicht auffällig, dass ich hier mit dem Ding rum eier. Ach, hier komme ich gar nicht hin mit dem Teil. Das ist ja großartig. Wofür? Nichts. Schnauze. Ach, guck mal, hier hätte ich auch reingekommen. Der entwischt uns nicht. Naja, ich bin ja auch noch gar nicht abgehauen, ne? Aber jetzt sind hier alle wieder auf den Beinen. Und ich habe alles ausgeschaltet. Komme ich denn irgendwie... Da drüben irgendwie rein, ne? Gibt es keinen Weg rein. Da komme ich nicht ran, ne? Ich kann es auch durch den Haupteingang rein spazieren und alle umlegen. Problem ist, damit komme ich da immer noch nicht rein. Da auch nicht an das Ding da ran. Ich wüsste auch nicht wie. So, die gehen jetzt, glaube ich, alle wieder runter, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was war was? Schnauze. Was liegt da dann rum? Was ist das? Sieht aus wie eine Waffe. Fragen Sie, warum liegt die da? So, die beiden. Rennen jetzt immer noch hier rum. Wir können ja nochmal versuchen, da ranzukommen. Wir müssen ja eh da hin. Weil ich... Es gibt... Ich weiß... Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz, warum sind wir eigentlich Hacker, weil wir sowieso überall persönlich aufschlagen müssen. Anstatt uns da vorne in der Ferne rein zu hacken. Kapiere ich nicht. Kapiere ich einfach nicht. Bin ich vielleicht zu blöd für oder so, aber ich verstehe... Irgendwie muss ich da sagen, äh, Spielprinzip völlig verpasst. Und zwar hart. So, die beiden rennen jetzt nämlich hier oben lang. Äh, wie war denn? Kann man mal einer sagen, wo war denn das Waffenrad? Ach, da oben. Ach, nach oben. Okay, äh... Elektroschocker, was ist das hier? Elektroschockgerät. Eine selbstgedruckte Pistole und eine 9mm. Kann ich irgendwie die Schulter wechseln? Nö. Äh, äh, so. Äh, 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 so. Und eine Rufhilfe. Natürlich. Verdächtig, ein Reichweite. Na, komm her. Habe ich... Hätte nicht hier zugemacht. So, sie sind jetzt alle alarmiert. Irgendwann schießt ihr auf mich. Von irgendwo. Keine Ahnung, warum. Aber wir sind natürlich sehr subtil. Aber das Spiel lässt mir ja gar keine andere Wahl. Noch mehr? Wie viele noch? Kann ich mich alle umlegen. Bin doch flexibel. Ich würde jetzt ungern auf Kamera umschalten. Ich weiß auch nicht, wie lange die pennen. Da sind zwei Sets dran. Da sind drei Sets dran. Ich glaube nicht mehr allzu lange. Was ist denn jetzt los, Leute? Guck raus hier. Wie viele denn noch, Alter? Alter! Ich kann... Scheiße. Sorry, Kontrollers alle. Bis gleich.